Grüß euch liebe Leute, da ist der Peter von Leumis Werkstatt. Was gehen wir heute an? Wir werden ein kleines Podest bauen für einen Lektor. Viel Spaß beim Video! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. 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 Euer Peter von Leumis. Bis zum nächsten Mal.